Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Dienstag, dem 7. April 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 798 und heute habe ich die folgenden Themen mit. Me Kids Watch 4, 10 Jahre ProRes Raw, Skype, YouTube und Google Maps. Ich beginne gleich mit dem ersten einer Smartwatch für Kinder. Und ja, aus dem Hause haben wir schon Smart Bender für unsere Kinder. Nämlich das Xiaomi in der vierten Generation haben wir jetzt nun seit knapp einem halben Jahr für unsere Mädels gekauft, dass sie ihre Schritte auch zählen können und damit sich mehr bewegen. Nicht, dass sie sich zu wenig bewegt hätten, aber sie hatten den Wunsch danach. Und siehe da, das nützt extrem. Vor allem jetzt seit der ganzen Corona-Zeit gehen sie täglich zweimal joggen und machen auch sonst fleissig Sport. Also ja, wie gesagt, es wirkt auch generell sonst. Die 8000 Schritte, die sie sich als Ziel gesetzt haben pro Tag, die übertreffen sie vielfach um das Doppelte manchmal. Und auch weniger, aber sicherlich übertreffen sie es fast immer. Auf jeden Fall sehr motivierend. Und jetzt kommt eben, nachdem eigentlich Xiaomi ihre Smartwatch schon vorgestellt hat, die immer noch nicht in Europa ist, schon in China eine Kinderversion dazu raus. Es ist ein AMOLED-Panel, was da verbaut ist. Es hat NFC am Board, es hat den Snapdragon VR 2500, hat einen Giga-Ram, 8 GB Speicher, hat ein 4G-Modul und auch Bluetooth, somit das Kopfhörer damit genutzt werden können. Das heisst, man kann damit bezahlen und man kann damit online gehen, ohne dass ein Smartphone vonnöten ist. Es besitzt sogar eine Kamera. Das ist dann schon sehr spezieller, wie ich finde. Sogar zwei Kameras an der Zahl. Preis ist natürlich, wie immer interessant bei Xiaomi, 118 Euro. So um den Dreh rum liegt das Ganze. Wir gehen gleich weiter mit Xiaomi. Die dürfen nämlich jetzt das 10-jährige Geburtstag oder das 10-jährige feiern. Schon gewaltig, was die Firma in den letzten 10 Jahren alles aus dem Boden gestampft hat und vor allem auch alles aufgekauft hat und dann mitgemacht hat. Wenn man da, ja, bei uns vor allem bekannt durch die Mi-Bands und vielleicht das eine oder andere Smartphone, das man irgendwo gesehen hat. Mittelwein gibt es in Deutschland offiziell, in der Schweiz nur Franchise-Shops. Ja, das Ganze ist auf dem Vormarsch. Wenn man bedenkt, die Bude gibt es seit 10 Jahren. Gewaltig, was die da geschaffen haben. Auch gewaltig ist das Apple ProRes RAW. Das ist nämlich ein sehr beliebtes Format für Videoschnittmenschen und, genau, Menschen für Videocutter etc. Und das gibt es jetzt endlich auch, zumindest leider erst in der Beta, aber es gibt es für Windows, nämlich das Apple ProRes RAW für Windows 1.0. Und genutzt werden wird es vor allem eben in den Adobe-Programmen wie Adobe After Effects, Media Encoder, Premiere oder Premiere Rush. Da bin ich gespannt, wie sich das da weiterentwickeln wird. Auch zu Zeiten von Corona und wo Zoom so heiss begehrt ist oder heiss in den Medien ist, wegen Datenschutz und Datenpannen etc. Da kommt ein anderer um die Eck, der eigentlich schon fast, ja, ich würde nicht sagen togeglaubt ist, aber, ja, irgendwie haben sie sehr stark eingebüßt Skype in den letzten Jahren. Und die kommen jetzt um den Eck und sagen sich einfach, wir machen das Ganze jetzt für alle zugänglich, auch ohne Benutzerkonto. Das heisst, der Lehrer, die Lehrerin oder auch der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin kann Call eröffnen mit einem bestehenden Konto logischerweise und dann Leute einladen, die kein Skype-Konto haben. Das geht über einen speziellen Link aus dem Browser raus oder über die lokale Software. Aktuell wird unterstützt der Chrome und Edge. Das werde ich mal der Schule von meinen Mädels weiterleiten und hoffe, dass die dann da draufsetzen und nicht wie angedacht über WhatsApp-Video und solche Geschichten. Also, ja, Vogel. Der Vogel abgeschossen wurde auch. Ach nee, das waren keine Vögel. Es war 5G. Aber das hat ja auch teilweise was mit Vögel zu tun. Auf YouTube werden Videos verbannt, die gleichzeitig um 5G und Corona gehen. Davon gibt es nämlich einige Verschwörungstheorien, wo man behauptet, unter anderem zum Beispiel, dass zum Beispiel dieser Coronavirus dadurch verstärkt wurde, dass man das Ganze noch mit 5G gebrutzelt hat etc. Und genau solche Videos hatten dann Auslöser, dass in England, ich glaube letzte Woche war das 5, 6, Antennen niedergebrannt wurden, wegen genau dem. Mein Gott, die spinnen die Menschen und die Briten in diesem Falle. Aber, ja, was sage ich da? Im letzten Jahr haben ja auch ein paar Schweizer eine Antenne angezündet in der Welschen Schweiz. Also somit, die spinnen überall die 5G-Gegner. Und dem schiebt jetzt YouTube zumindest so einen Riegel vor, dass sie eben solche Videos entfernt. Und Google weiss alles über euch. Also zum Beispiel eben, wenn ihr so eine Dings angezündet habt. Sie wissen auch, was du im Kino gesehen hast. Du musst dir nicht mal die Karte über irgendeinen Dienst kaufen, der dann eine Mail an Google, dein Google-Konto schickt und sie so auslesen können. Denn, nee, Google ist da noch viel weiter. Sie wissen ja anhand des Standortverlaufs, den die meisten Leute eh aktiviert haben auf ihrem Android-Smartphone, wo das ihr wart. Und wenn ihr in einem Kino drin wart und dann von Zeitpunkt X bis Zeitpunkt Y kann Google das zusammenfassen und weiss dann, ah, der war in diesem Film drin. Vor allem Google, das weiss man ja, nimmt ja auch die Daten von anderen Menschen und lasst dann über deren Bluetooth andere Menschen in der Umgebung suchen, gleich dann Daten ab und dann hat man eben so genaues Ding. Wenn ihr das nicht glaubt. Erinnert ihr euch, wenn ihr das letzte Mal im Zug, genau, im Kino wart? Geht mal auf eurem Android-Smartphone in, oder Tablet logischerweise, an die Google Maps App. Geht da aufs Konto-Symbol, auf meine Zeitachse und dort sucht ihr nach einem Tag, wo ihr im Kino wart. Da geht ihr dann hin und tippt bei MeinFilm und, ja, schaut mal, was rauskommt. Beängstigend. Ich war schon länger nicht mehr im Kino, aber, ja, ich hatte ein Android dabei und das Kino wusste es, eben nicht das Kino. Google wusste es. Teuflisch, teuflisch, wer da Böses sich ausdenkt. In diesem Sinne, das war's mit den Neuigkeiten für den heutigen Tag. Der Achim und ich bedanken uns für die regen Rückmeldungen, die zahlreichen Rückmeldungen zu der Wiedergeburt, zum Zurückkommen unseres Daily Podcasts und wir hoffen, dass das weiterhin so bestehen bleiben kann. In diesem Sinne, euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Und für alle, die daheim bleiben, stay home. Ihr macht das toll. Vor allem die Arbeiten gehen, ihr macht das auch genauso toll. Ja, gehen wir alle gemeinsam vorwärts und dann kommen wir durch die Krise durch. In dem Sinne, bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.